Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde Ich Bin Tot mit, ich hab noch keinen Spawn-Point und ich hab noch keinen Spawn-Point nein natürlich mit Basti und Max und ich hab, ja Super gemacht Max, warte Wir haben zur Auswahl Spiral, Rainbow und Astral und ich bekomme die Rainbow Lucky Blocks Nice Ich bekomm Astral Ja und ich bekomm natürlich die Spiral Hallo, da hast du wieder deine Dungeon Staple Ja, hoffentlich Game Mode Lucky Unstack Astral Game Mode Uh, das wird ein fettes Battle, Leute Denkt dran, zu liken, wenn euch diese Dreier gefallen Wenn euch diese flotten Dreier mit uns gefallen dann auf jeden Fall Ich hab richtig viel Mühe gegeben den Daumen nach oben Max, geile Base So, okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1 Ich bin ready, ja Mal 3, 2, 1 So Oh, ein Goldblock Oh Was ist das? Oh mein Gott, ich werde mich noch in Game Mode Oh mein Gott Was ist das? Nein, das muss weg Das will ich Oh nee Oh, es ist runtergefallen Holy shit Nein, das hat sich sowas daraus Nein, das hat sich sowas daraus Bin wem? Ey, was ist das? Oh nein Ey, ich hab immer noch kein Sport Ich bin noch so Brainless, Mann Ja Ja, du bist behindert Äh Was ist los, David? Das ist ein bisschen Brain-Afghan Ich krieg nur komische Viecher, Mann Ich hab gerade jetzt gute Potions bekommen Potions? Oh Du weißt schon, dass Potions manchmal gefährlich sind, ne? Oh, ich hab Leids, what the fuck So What the fuck Hilfe Äh, ein Troll-Villager Oh Den heben wir mal auf Hoffen wir, dass er nicht kaputt geht Was ist das da? Die Angel Oh Mann Was ist das? Bis jetzt, bis jetzt hab ich noch kein Dungeon Aua Fuck Basti Bis jetzt hast du was? Bis jetzt hab ich noch kein Dungeon Oh, das ist schade, David Lol Schon wieder so ein Amboss Mann, was sind das denn für Viecher hier? Du Pflaume, Alter Geh mal weg Kann ich kurz Leck 2 machen? Ja, ja, mach Du was suchen lassen kannst Ich kann's aber lassen Nein, fuck Oh, schnell Alter, was leckt hier so hart Oh, listen, Chat Oh, shit Yo, diesmal hab ich's richtig Oh, ich hab'n Dungeon Aber nicht meinen Dungeon Alter, diesmal hab ich's rechtzeitig gerafft Dass mein Inventar nicht geclared wird Oh, ein Trolling Bob Trolling Bob Oh, nice So Alter Yo Nice, okay Das, äh, wollte ich So, tschüss Und hier Wieso? Jetzt hab, jetzt hab ich's Nice, ein Rainbow Sword Yo, das macht heftig nice damage Ist schon irgendjemand in der Ja, der wird falsch platziert, oder? Ja Ja, Max ist in der Mitte Der, oh, dieser Lümmel Dieser dreckige Lümmel Komplette Mitte ist am Sack Das hast du gut gemacht Weißt du, Max geht einmal in die Mitte Und nutzt nicht mal den Staff Sondern er zerstört ihn Das ist traurig Ja, richtiger Idiot, ne? Kann ich bloß Leck 1 machen? Dafür sollten wir den reporten Ja, mach Oh mein Gott Hä, was ist denn das? Ich hab ne Ernsthaft Oh, wasi Was? Ich sag's doch Du kriegst immer diese Dungeons Der hat die immer Jedes Mal Ja, die Mitte ist kaputt So ne Scheiße What the fuck Immer dieser David Immer dieser David Oh mein Gott Mann, 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 Mann Aua Au Warte mal Slash Bombay Oh, haben noch rechtzeitig Ich liebe dieses Dungeon, ne? Ich weiß So, ich muss da irgendwie hochkommen, Leute So Wieso hab ich Astral Creeper bekommen? Warum nicht? Ja, weil ich Spiral Lucky Blocks habe, vielleicht Ähm, die sind immer in den Astral Dings ist drin Hm Wie ein Spiral meinst du? Ja, mein ich ja Okay Einen guten Helm Machen wir das da weg Was brauchen wir denn da mit? So Oh Oh, das ist das gut Hurensohn Fuck Kämpft ihr schon wieder gegen einen? Ja, der ist bei mir wieder So Hier Pimmel Oh, ist da drin? Oh, okay Blöcke dann rüberbauen Papiss dich Ich hab nur dieses Scheißteil hier Oh, nice Oh, Ripp Ähm, mach mal das hier hin Oh, daraus könnte ich mir noch Rüstung craften Hör auf jetzt, du Miske Ne Jetzt ist vorbei Alter, ich find's so witzig, wie ihr zwei euch immer erst mal pieft Ja, weil der Buren soll ich Erst mal ihr zwei und dann... Schau, Alter, wie schnell schießt das Ding? Schau, Alter, wie schnell schießt das Ding? Schau, Alter, wie schnell schießt das Ding? Schau, Leute, ihr macht immer den Beef ohne mich Ja Ja, frag mal den hier, der kommt die ganze Zeit wieder zu Oh fuck, lag zwei Jo, Max hat wahrscheinlich wieder tausende Enderperlen, kann das sein Oh Junge Hihihi Spaß David, hast du einen Bogen oder was? Nein, was coolere So ein komischer Stab Jetzt hab ich einen Bogen Ja komm, jetzt muss ich mal wieder hier ein bisschen mitmischen Hat zwar noch genug Blöcke, aber Fuck it Scheiße, ich versuch jetzt was Komm, 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 komm Nein, Mann Schön, dass David einfach nichts macht Es war zu weit weg Wieso, ich hab dich, ich hab dich nicht abgeschossen Geht Gib mir die Wolle Scharf, Mann Ah Achtung Komm mal her Wolle 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 Oh Ich hab grad Lake gehabt Oh shit Jo, Max, was hast du da gespawnt? Ja, ich muss Lake 2 machen Ah, ich sollte vielleicht gucken, dass ich nochmal ein paar Blöcke hier öpene Öpene? Ja, öpene 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 Oh mein Gott Oh, nochmal das hier Das hört sich ja nicht schlecht an Oh, 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 oh Was hast du? Das hört sich nicht gut an, David Cooler Jo Hauptsache, ich hab Speed Max, hast du dich selber gekillt? Hm? Warum hast du dich selber gekillt? Jo, was hat... Oh, Alter, ich hab mega Speed bekommen Scheiße Mies Oh mein Gott Ah, die da wollen Deine Wolle ist weg, David Oh mein Gott Wo bist du? Alter Immer erst mal Ein richtiger Hurensohn, der Typ Seid so dumm Jo, ja, ja, David, du hast recht gekillt Hä? Ja, aber danach viel mehr davor Alter Das nervt mich jetzt Es gibt kein Battle zwischen mir und David Ja, weil Max ein Hurensohn ist Oh Mann, äh Oh ja, Blöcke Uh, das ist gut Vor allem, ich hab nicht ansatzweise irgendwas Oh nein So, bist du raus, David? Hö, nein, noch nicht Nein, okay Das hört sich doch schon mal gut an Fuck Dann kann es vielleicht noch zu einem guten Kampf kommen Vielleicht Eventuell Jo Oh mein Gott, du bist vorne Ja, David, Alter, wie viele Dungeons, willst du noch spawnen? Mehr hab ich nicht Ich hab nur 13 Blöcke Holy shit, Alter 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 Das gibt's doch nicht Oh Ich hab drei Enderperlen verbraten Ich hab drei Enderperlen verbraten Leute So Und Ja Okay Ah, fuck Nein, die Lava kommt bis hierher Ah Oh, oh Achtung, Leute Wir machen jetzt vor Ah, geht die Rüstung Ne, die geht eh nicht kaputt Wobei Ah Ah Ich weiß nicht Warte mal, wir gehen mal hierhin Und werfen mal sowas hierhin Ne, ne Small Bomb Shit, das magst Ich hab kein gescheitiges Schwert oder so Kann man mit den Jetboots eigentlich fliegen? Ne, ne, leider nicht Da muss man irgendwas einstellen Ne, äh, irgendeine Mod braucht man da nochmal Also, also ne zusätzliche Mod irgendwie nochmal Wurde mir in die Kommentare geschrieben Oh mein Gott Leute Ja, klar Ich krieg einfach kein Schwert oder so Fuck Ja Guck dir das an Ich hab nicht mehr viele Ich hab keine Blöcke um mich in die Mitte zu bauen Ja, ich hab aber auch keine Blöcke Oh nein Was ist das? Haste Orb, okay Ach Ich bin auch behindert Natürlich hab ich Blöcke Will jemand mir irgendwelche Blöcke schenken? Ähm Ja Jo Hey, jetzt ist meine ganze Spawn-Plattform Hat mich jetzt gekillt, Alter Das war ne Explosion wahrscheinlich Also von mir hier Oh nice Oh mein Gott Er ist raus Er ist raus Er ist raus Doch, doch, doch Leute Ich hab nen OP-Apfel drin gehabt Du hättest nicht Ähm, das Warte mal, den machen wir ja Na ja, Leute Wenn ihr wissen wollt, wie es bei den anderen weitergeht Da müsst ihr dann bei den anderen weitergucken Guck da Ich hab keine Blöcke Ich hab überhaupt keine Blöcke Und Tschüss Ich hab keine Blöcke Oh David Mann Oh David Mann Ru forget Irgendwo geht's Ja, oder ich was Game mode 1aca und fliege hier wieder hoch Hey Cheater Ich hab' ein Scheiß Cheater Da wird das raus und killt mich hier halber Alter, ich kann nichts mehr machen Ja, Scheiße Ich kann gar nichts machen Ich hab' keine Blöcke Na ja Hab' eine Spitzhacke oder so Max was soll ich denn jetzt machen? Gute Frage ich weiß es nicht. Soll ich mir, darf ich mir Blöcke holen um hier in die Mitte zu bauen nicht zu dir? Ja mach halt. Ich hab genug Blöcke aber. Dann geb ich mir jetzt einfach ein Stack Cleanstone. Weil wenn ich in der Mitte bin dann kann ich mir in der Mitte wenigstens Blöcke organisieren irgendwie. Soooo. Yo, Alter. Wo bist du? Ja, was hast du wieder für ein fettes Schwert, Mann? Du Lümmel. Nein. Yo, was geht? Yo, das geht. Ja, ja. Alter. Puh, wie viele Enderperlen hast du? So viele. Scheiße, Mann. Ich hab vorhin meine drei Stück verbraten, weil die voll schon ein bisschen dumm war. Soooo. Was mach ich denn jetzt? Habe ich einen richtig geilen Bogen noch bekommen? Scheiße. Dann hol ich mir hier nochmal die Blöcke raus. Alter. Alter, was? Es explodiert hier. Keine Ahnung. Deine Mutter. So. Da kann ich glaube ich Blöcke abstauben, wenn ich das so mach. Oder, oh. Da ist noch was. Uah. Nein, 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 nein. Fuck. Au. Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant, Leute. Ähm. Da oben ist noch ein Lucky Block. Fuck, Max ist bei mir. Ja, ich hab Blöcke. Ich hab ganz viele Blöcke. Oh, nice. Ähm, die nehmen wir mal. Weg, weg, weg. Boah, Alter. Weg. Tschüss. 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 Das machen wir auch mal weg hier. Tschüss. Damit kann ich mich hochstacken. Okay, gut. Alter. Was ist? Was ist los, Bro? Deine. Ey. Ey, wo ist deine Wolle wieder, ey? Tja. Tja. Verdammt, Mann. Äh, äh, äh. Oh, Mann. Äh, äh, äh. So machst du. Äh, äh, äh. Ich stack mich hoch. So, und jetzt vorwärts. Da bist du in mir. Ne, noch nicht. Die Blöcke reichen mir nicht. Verdammt. Verdammte Kaka. Scheiße. Ah, ich könnte in die Lava springen, weil ich hab Fire Resistance. Oh, nice. Schnell, schnell. Nach oben. Hui, hui, hui. Oh, ich trinke jetzt mal hier diesen OP Lucky Potion. Füllt mich wieder auf. Okay, nice. Puh, das war ein guter Move. So, ab nach oben. Let's go. So. Alter, zum Glück kann ich in der Lava schwimmen, dank dem Feuerorb. Danke. Jo. Upsa. Deine Wolle ist weg. Scheiße. Aber ich bin jetzt auch untergefallen. Ja, 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 ja. Weil ich mich abgebaut hab. Ja, 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 ja. Weil ich mich abgebaut hab. Ja, 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 ja. Komm. Wo? Komm. Was ist so ein... Alter. Wo? Äh, fuck. Hä? Hä? Ist deine Wolle da unten drin? Sag bitte ja. Oh. Ich kann dich nicht hitten, Mann. Warum nicht? Ich bin halt... Ich hab ein OP Potion drin. Boah. Okay, dann machen wir's so. Deine Wolle ist weg, glaub ich. Warte. Nein, sie ist noch nicht weg. Jetzt müsste sie weg sein. Warte. Nein. Ist sie weg, verdammt? Was ist denn das? Was? Ich hab nen OP Potion drin, Mann. Ja, Alter. Ja, die Wolle jetzt nicht mal verschwinden hier. Max. Verdammt. Scheiße. Ey, wie behindert ist das denn? Weißt du, ich erlaub ihm Blöcke wieder zu geben, dann macht er sowas. Was? Ja, was kann ich da dafür? Alter. Ich hab mir nur... Ich hab mich ja nicht mal direkt zu dir gebaut. Oh Gott. Könnte die... Warum verschwindet die Wolle nicht? What the fuck? Max, Alter, was... Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ja. Ich bin runtergesprungen. Easy gewonnen. Oh. Ist deine Wolle weg? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Aber da das ne... Warum? Ich bin... Dings von mir war... Ja, ist die Wolle jetzt weg? Oh fuck. Game Mode 1. Ups. Ups. Fuck. Ist die Wolle weg? Ich schau. Ich bin aber in der Mitte. Also... Fuck. Hä? Woll. Wo muss ich hin? Da. Ah. Ah, Alter, was für ein Mittel. Er ist weg jetzt. Dann hab ich gewonnen. Weil ich falle noch und hab Leben voll. Ich bin immer noch voll. Ich wüsste ja nicht, ob das zählt, aber gut. Warum? Es heißt, wenn man tot ist, ich falle noch und hab volles Leben und du bist gestorben. Ja, weil du einen OP-Trank drin hast, du kannst nicht sterben. Wenn man runterfällt, hat man verloren. Das haben wir schon immer so gemacht. Nein, eben nicht. Doch. Das entscheiden die Zuschauer. Natürlich. Wer gewonnen hat, entscheiden die. Das haben wir immer schon so gemacht. Stimmt noch gar nicht. Ich hab so auch schon bei David gewonnen. Da ist er runtergesprungen, ist er gestorben. Ich hab noch gelebt. Ich leb noch. Das mit dem Slashkill ist, wenn das Spiel weiter geht. Darf man Slashkill machen. Okay. Okay, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.